Hallo, wir wollen auch mal ein Spiel erreichen und zwar handelt es sich dabei um Gravity Collect. Wir haben das mit Java und LWFKL gemacht und der Knurren zum Spiel ist es, dass man die Gravitation umdrehen kann. Das ist ein 2D Jump'n'Run, man kann die Gravitation in jede, in jede Richtung umdrehen und so die Level auf verschiedene Arten und Weisen lösen. Es gab ja schon mal eine sehr ähnliche Idee bei Let's Game Dev und ja, dieser Versuch ist jetzt ein bisschen mehr in die Richtung Jump'n'Run und weniger Rätsel. Es gibt eine Level-Editor, wir haben verschiedene Blöcke, die sich automatisch an ihre Nachbarblöcke anpassen, so dass das Ganze auch einigermaßen gut aussieht. Kisten, auf die man sich stellen kann, die auch der Gravitation folgen. Orbs, die einen Gravitationspunkt entgegen, an jeder Gravitationspunkt lässt einen das Spielfeld einmal drehen. Und eine Zielpfanne als Ziel. Und MS kann abgespeichert und geladen werden und in Zukunft wollen wir uns noch an einen Multiplayer kümmern und natürlich noch verschiedene neue Level- und Items einführen. Viel Spaß!